um an das blöde ist dass sie immer direkt wieder hierhin kommen nach Hormann Scheiße die Zeit noch rechtzeitig gekommen zeigt mir den Seelenstein hier wird hat den dauernd immer das ist doch blöd ich hab doch genug Kraft mann ich muss eine andere Attacke auswählen aber das muss ich dann machen wenn ich noch mal stirb ja stirb stirb ich werde die lächerlichen Illusionen von mir seht das wahre Gesicht war mann wo kriege ich das jetzt hin so nett so das ist jetzt kein Problem aber das was er jetzt macht ich hab keine Ahnung ich bin verwundet nein das werde ich nicht tun oh hey scheiße was mache ich boah Mist ey ey jetzt jetzt ist scheiße jetzt kriege ich aber einen Ausraster verdammt irgendwann reicht's so ein scheiß das sowas habe ich ja noch nie erlebt wie krieg ich diesen Mist zack tot können die mir das mal erklären verdammt 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 und jetzt ich kann nicht nochmal rein ich verliere trotzdem wieder scheiße die Verzauberin ist recht faszinierend jo ich glaube nicht dass ihr euer Typ ist vorn was nein ihr das meinte ich doch gar nicht ist doch scheiße wie kriege ich denn jetzt erzähl mir mal was wie kriege ich den scheiße so verdammt wie kriege ich den tot ich hätte eine andere mitnehmen sollen weil immer wenn der sein mit den zwei händen macht und dann muss ich rumrennen oder wie wie mache ich das man probieren was hat nochmal ich war jetzt gerade in Selbstmitleid Ruhe Mann ey bin ich da zwei drei Folgen lang an einem gleiche Bosskampf oder wie das ist ja nicht normal werde ich bei dir ab hier direkt abkacken ey Ruhe da muss doch eine Fluchtmöglichkeit geben wenn das mal so 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 voll der AOE Schaden macht blödes Viechmann stirb einfach Netz komm du runter tschüss ja 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 ich werde ihn übernimmt so stirb einfach volle Kanne voll in die Fresse Junge voll kann in die Fresse eh ja gut pam 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 die Klinik hier schon besiegen würden Schwerst ja ja das war Jonsi Dutton U U U und jetzt Boah ha 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 naja So. Ach du Kacke, Alter. Ich habe nicht genug Hass. Wo? Nein. 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 Boah. Boah. Alter. Stirb, du Mistsack. Ja, so toll. Uncohle Sache, Mann. Ganz uncoole Sache, was du hier abziehst. Und das auch. Nein. 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 Oh, nein. Verdammt. Ja, okay. Auf ein Neues. Das ist rechtzeitig gekommen. Zeigt mir den Seenstein. Ihr werdet ihn euch aus nächster Nähe ansehen können, wenn ich eure erbärmliche Seele darin einschließe, Belial. Die Schlaufe von euch. Ja, ja. Gut. Und da auch ein neues Seele. Wir müssen das aber schaffen. Das kriegt mich gerade so derbst auf. Ich muss auch was, dass es mich innerlich Platz vorgibt. Nimm das und das und das. Ja, besser. Kann uns besser werden. Ich habe nicht genug Hass. Ja, ja. Und. Uh, Leute, 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 komm. Das packen wir, das packen wir, das packen wir. Da noch mehr. Und jetzt. Abbrechen. So, 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 jetzt komm. Party, Party, Party. Oh, ne ja. Ein sturer Bock, diese Hut. Ein echt sturer Bock. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, macht es eine Aufnahmepause. Weil sonst. Wird das kein Letzt Play mehr, sondern ein Letztgeschrei. Ein Letzt Raster aus oder so. Wir wollen ja kein Letzt Raster aus haben. Illusionen von mir. das wissen wir daumen drücken bitte daumen drücken bei der frau die jahre ich muss das schaffen ich kann ich nicht mehr schütteln attacke schatten zu schaffen und jetzt gut überstanden kein Leben abbezogen wenn es nochmal klappt dann haben es geschafft Feuerwehr doch noch jetzt will ich mich leben leben ich mich auch das sturm in gespannten jahre das das wird die jetzt macht das wieder wenn ich nur das überstehen würde der prima jetzt jetzt kriege ich ihn jetzt kriege ich ihn ich kriege ihn ich habe ja so puh schließe in den stein endlich es ist ironisch dass ein so verderbter Mann wie Seuton Kull eine so große Rolle bei unserer Rettung spielt einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle lasst uns aus seinem Leben lernen je länger wir gegen das Böse kämpfen desto leichter fällt es ihm unsere Herzen zu verderben so ich habe es geschafft hier und machen wir weiter jetzt müssen wir ganz kurz aufnahmen beenden wir sehen uns gleich wieder ähm ja wir sehen uns gleich wieder äh ja tschau soo willkommen zurück jetzt bin ich wieder da entschuldige dass ich kurz weg war aber für euch war es ja nur ganz kurz so musste ganz schnell was erledigen gut sind wir zurück hier und würde ich sagen reden wir mal heute ist ein guter Tag ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen genießt diesen Moment denn morgen geht der Kampf weiter keine Zeit sich auszuruhen Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker er wird uns dort angreifen wo er glaubt dass wir es am wenigsten erwarten und da wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde du lernst schnell Lea du musst jetzt in die große Bibliothek von Chaldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen und gebührt Ehre Jo 25 so reden wir ich kann jederzeit aufbrechen lasst es mich wissen so natürlich gehen wir